Hallo, mein Name ist Timo Spanholz, ich bin Familienvater, Auto- und Musikliebhaber und natürlich plastischer Chirurg. Hier sind wir jetzt in unserem Standort in Berges-Gladbach und ich nehme euch mal mit in meine Praxis. Bei uns auf dem YouTube-Kanal findet ihr viele coole Formate, beispielsweise unseren Faktencheck zum Thema Operation und Schönheitsbehandlung. Bei Spanholz-Meets treffen wir uns mit interessanten Persönlichkeiten, YouTube-Stars und vielen mehr. Checkt auch mal diese Videos aus. Wollt ihr wissen, was unsere Patienten über uns sagen? Dann schaut die Erfahrungsberichte unserer Patienten an. Und natürlich gibt es immer wieder spannende Einblicke in Behind-the-Scenes. Wenn ihr Fragen habt zu einzelnen Behandlungen oder zu Operationen oder uns eure Geschichte erzählen wollt, dann kontaktiert uns einfach über E-Mail, Telefon, ganz wie ihr wollt. Und bitte vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und uns vielleicht einen kleinen Daumen nach oben zu geben. Wir sehen uns in meiner Praxis. Vielen Dank.